17. Januar 2001, Long Island, New York Manchmal ändert sich das Leben von einer Sekunde auf die andere. Nur ein Moment, ein Erlebnis und das Leben, das man kannte, ist für immer vorbei. Anschließend teilt sich alles auf. Man spricht nur noch von davor und danach. So erging es dem Fitnesstrainer Paul Riedel. Er war an diesem Abend mit einem Freund zum Essen verabredet. Zunächst war alles wie immer. Die Stimmung war klasse, das Essen vorzüglich. Selbstverständlich hatte Paul keine Ahnung, dass sich gleich sein Leben für immer verändern wird. Demnach denkt er sich auch nichts, als er bemerkt, dass sein Handy klingelt. Die Person am anderen Ende ist völlig aufgelöst. Auf Pauls Frage, was denn los sei, heißt es nur, Alex wurde erschossen. Der Amerikaner Paul Riedel hatte es in seinem Leben nie leicht. Alles fing mit seinem Vater an, den er nie kennengelernt hat. Pauls Mutter war nicht besser. Sie war eine sehr lieblose, verbitterte Person, die kein Geheimnis daraus machte, dass sie eigentlich keine Lust hat, Mutter zu sein. Paul sagte einmal, seine ganze Kindheit war durchzogen von dem Wunsch, ihr auch nur ein einziges Mal zu gefallen. Eine winzig kleine Geste, die ihm zeigt, dass er ihr nicht egal ist. Doch auf dieses Zeichen wartete er vergeblich. Als Teenager sucht Paul sich andere Dinge, die ihm endlich das Gefühl geben, er sei etwas wert. Das bringt ihn zum Sport. Paul spielte Football und das sogar ziemlich gut. Er war ein ausgezeichneter Athlet. So merkte er, okay, es gibt auch noch andere Wege, Anerkennung zu bekommen. Zwar nicht durch die eigene Mutter, aber durch andere. Das ist genauso viel wert. Das Ganze funktionierte, bis er etwa 19 war. Paul war ab diesem Alter sehr zerstreut. Die Welt stand ihm offen, aber er wusste nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll, was er einmal machen will. Und als der Ausgleich fehlte, geriet sein Leben völlig außer Kontrolle. Paul freundete sich mit falschen Freunden an. Er lebte nur noch in den Tag hinein und beginnt, Substanzen zu nehmen. Bald nahm Paul das Zeug nicht nur, sondern verkaufte es auch, um sich sein Leben zu finanzieren. Das Ganze schaukelte sich relativ schnell hoch. Diese Zeit war sehr turbulent und auch nicht gerade ungefährlich. Paul wird im Streit mit rivalisierenden Gruppen mehrmals verletzt. Einmal hat nicht viel gefehlt und es wäre vorbei gewesen. Das Ganze findet schließlich ein Ende, als Paul erwischt, verhaftet und zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt wird. Für die meisten wäre das der persönliche Super-GAU gewesen. Doch Paul sah das nicht so. Im Gegenteil. Ausgerechnet das Gefängnis half ihm wieder auf die Beine. Die Struktur, die man dort hat, tat ihm gut. Da waren wieder Menschen, die sich ehrlich mit ihm beschäftigten. Er hatte einen geregelten Tagesablauf. Es war niemand da, der ihn dazu verleitete, wieder irgendwas anzustellen. Paul realisiert, okay, wie ich bisher mein Leben gelebt habe, war nicht richtig, aber sobald ich wieder rauskomme, werde ich ein besseres, anständigeres Leben führen. Er setzte dieses Vorhaben sofort um, noch in Haft wird er umgehend zu einem mehr als vorbildlichen Häftling, der alles macht, was von ihm verlangt wird und noch mehr. Er zeigt den Beamten, dass er seine Lektion wirklich gelernt hat und tatsächlich wird er am Ende nach sechs Jahren deutlich früher entlassen als geplant. Wieder in Freiheit macht Paul sofort Nägel mit Köpfen. Er wusste jetzt genau, was er wollte. Er dachte sich, Sport und Fitness war schon immer meine Leidenschaft, das soll jetzt mein Beruf werden. Er findet sofort nach seiner Entlassung Arbeit in einem Fitnessstudio als Personal Trainer. Dort wird er in kürzester Zeit sehr beliebt. Die Mitglieder mochten ihn alle sehr, weil er jeden nahm, wie er war. Er hatte diese natürliche Art, Menschen zu motivieren und ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Er hatte unglaublich viel Ahnung von Sport und Ernährung. Paul trainierte auch jeden, viele Trainer spezialisieren sich auf eine Sache, aber er machte alles. Er trainierte Menschen, die abnehmen wollten, bis hin zu Menschen, die trainierten, um Spitzensportler zu werden. In dieser Zeit lernt Paul einen Mann namens Alexander Algeri kennen. Die beiden werden innerhalb kürzester Zeit die besten Freunde, obwohl sie charakterlich eigentlich sehr unterschiedlich waren. Alex war eher der aufgeschlossene Typ, er machte immer gerne kleinere Späße. Er hatte in seinem Leben noch nie etwas angestellt, während Paul lieber ausging und ruhiger war. Doch genau deswegen hat diese Freundschaft funktioniert. Durch Alex erhielt Paul ein Vorbild. Eine Art cooler Bruder, dem man nacheifern kann. Alex arbeitete zielstrebig an seiner Karriere und an seinen Zielen. Das motivierte Paul, auch so zu sein. Etwas an den beiden war ein wenig ulkig, sie sahen optisch fast aus wie Zwillinge. Beide waren groß, sehr muskulös, tiefe Stimme, kurze Haare. So von hinten betrachtet war es sehr schwer, sie auseinanderzuhalten. Dass beide auch noch dasselbe Auto fuhren, machte es nicht wirklich besser. Selbst Familienmitglieder brachte das immer wieder auf die Palme. Eine Sache verbannt die beiden jedoch. Die Begeisterung für Sport und Fitness. Darum kommen sie bald auf die Idee, sich mit einem eigenen Fitnessstudio selbstständig zu machen. So etwas gab es in der Gegend, in der sie lebten, nicht. Und wie sich bald herausstellte, war das eine mehr als brillante Idee. Das Studio lief so gut, dass sie mit dem Ausbau kaum hinterher kamen. Bald wird aus einem Fitnessstudio ein komplettes Fitnesscenter mit allem drum und dran. Der Andrang war so immens, sie mussten sogar noch zwei weitere Filialen eröffnen und die Öffnungszeiten auf 24 Stunden anheben, weil sie sonst nicht wussten, wohin mit den ganzen Mitgliedern. Wenn sie durchgehend geöffnet hatten, hat sich das Ganze einigermaßen verteilt. Die Fitnesskette hieß Big L's. Big L war Alex' Spitzname. Alex hatte in dieser Zeit eine Phase, in der er durch das Training ungewollt abnahm. Darauf rannte er panisch zu Fastfood-Restaurants und meinte, ich kann kein Gewicht verlieren, dann bin ich nicht mehr Big L. Paul benannte daraufhin die Fitnesskette um in Big L's und sagte, jetzt ist es egal, wie du aussiehst, nun bist du für immer Big L. Alex und Paul hatten eine Menge zu tun, aber sie liebten es. Und es brachte natürlich auch eine Menge Gewinn. Vor allem Paul ging es sehr, sehr gut, endlich war er im Leben angekommen und wie es scheint, fügte sich mit dem beruflichen Erfolg auch alles andere, als er eine Frau namens Lee Ann kennenlernte. Lee Ann Arminini war eine zu dem Zeitpunkt 26-jährige Kellnerin. Es funkte sofort zwischen den beiden. Paul hatte zu jener Zeit zwar eine Menge Verehrerinnen, aber als er Lee Ann sah, waren die ihm alle egal. Mit ihr wollte er eine richtige Beziehung führen. Was ihm am meisten an ihr gefallen hat, war die Tatsache, dass sie eine alleinerziehende Mutter war. Lee Ann hatte einen kleinen Sohn aus erster Ehe. Andere hätte das abgeschreckt, aber Paul fand das klasse. Wie lieb sie mit ihrem Sohn umging, so sah er direkt, dass Lee Ann eine gute Mutter ist und das gefiel ihm. Die Beziehung läuft mehr als gut, die beiden sind glücklich. Als Lee Ann dann nach einem Jahr bemerkt, dass sie eigentlich ungeplant schwanger ist, sieht Paul keinen Grund mehr, länger zu warten. Die beiden heiraten im Juli 1999. Paul hatte zwei Trauzeugen und natürlich war Alex einer von ihnen. Sieben Monate später kam der gemeinsame Sohn Nicholas zur Welt. Alex wird sein Patenonkel. Doch düstere Wolken überschatten das Eheglück, lange bevor Lee Ann im Krankenhaus in den Wehen liegt. Da hing der Haussegen schon lange schief. Die ersten Monate liefen noch sehr gut und dann ging alles den Bach runter. Nachdem der rosa-rote Schleier der Hochzeit weg war, kam die Realität und die sah so aus, dass Paul nicht der beste Ehemann war. Er ließ Lee Ann ständig links liegen. Durch seine Arbeit war er schon selten zu Hause. Oft war er dann auch noch sehr gestresst. Er hing dann abends lieber mit Freunden ab, ging viel aus. So ganz die Finger von Substanzen lassen konnte er in dieser Zeit auch nicht. Lee Ann saß die meiste Zeit ihrer Schwangerschaft allein zu Hause. Als Nicholas geboren wurde, änderte sich das kaum. Irgendwann wurde ihr das Ganze dann zu viel. Eines Tages bekommt Paul einen Anruf von einem Bekannten, der ihn fragt, was ist denn bei ihm zu Hause los. Ein Umzugswagen würde vor dem Haus stehen. Paul flitzt umgehend nach Hause, doch als er dort ankommt, ist es bereits zu spät. Lee Ann war schon weg. Ohne Vorwarnung zog sie in ihre alte Heimat, Florida, zu ihrer Mutter. Mit 100.000 Dollar, die sie sich von Pauls Konto genommen hat. Paul reichte daraufhin die Scheidung ein. Es war für ihn okay, die Beziehung hat einfach nicht funktioniert. Das Geld kann sie von ihm aus haben, soll sie sich damit in Florida einrichten. Doch eine Sache hatte er dabei nicht bedacht. Lee Ann nahm auch beide Kinder mit und machte keine Anstalten, Paul zu sagen, wie das jetzt in Zukunft laufen soll mit dem Besuchsrecht. Sie nannte keinen Termin, wann er seinen Sohn Nicholas wieder sehen wird und auch sonst, blockte sie jedes Gespräch darüber ab. Und das war der Punkt, an dem Paul realisierte, okay, so kann er nicht weitermachen. Er muss mehr Verantwortungsbewusstsein und Engagement zeigen. Sein Sohn ist noch klein, wenn er jetzt nicht aufpasst, wird Nicholas ihn vergessen und dann wird er auch ohne Vater aufwachsen. Darum geht Paul zum Anwalt. Wenn Lee Ann in Florida glücklich ist, schön für sie. Aber er kann keine tragende Rolle im Leben seines Sohnes sein, wenn dieser 2000 Meilen entfernt lebt. Glücklicherweise sind die Regeln auf seiner Seite. Der Anwalt erklärt ihm, dadurch, dass Lee Ann den kleinen Sohn einfach mit nach Florida genommen hat, ohne Pauls Erlaubnis, hat sie ein sehr hohes Gesetz gebrochen. Prinzipiell ist es so, unter normalen Umständen teilen sich Eltern das Sorgerecht für ihr Kind. Eine Trennung ändert daran nichts. In Amerika kann man mit Kind zwar umziehen, jedoch gibt es da gewisse Vorschriften, wenn die Eltern nicht mehr zusammenleben. Wer diese überschreiten will, braucht eine schriftliche Genehmigung des Partners. Tut man das ohne, macht man sich strafbar. Das nennt man dann Kindesentzug und das wird sehr hart bestraft. In New York betrug die Grenze zu jener Zeit 50 Meilen, also mit 2000 Meilen war Lee Ann dezent drüber. Pauls Anwalt schickte Lee Ann sofort eine Abmahnung und ein Ultimatum. Sie hat 20 Tage Zeit, das Kind zurück nach New York zu bringen. Macht sie das nicht, geht der Fall vor Gericht und dort hätte sie sehr schlechte Karten gehabt. Erstens hatte sie selbst kein Geld, Anwälte sind teuer und sie hatte das Kind bereits mitgenommen, ohne Erlaubnis. Sie war diejenige, die sich hier erklären muss. Lee Ann versuchte es mit einer Stellungnahme, in der sie behauptete, sie hatte keine andere Wahl, als so weit wegzugehen, wie nur möglich. Denn Paul hätte immer noch Probleme aufgrund seiner Vergangenheit. Sie habe deswegen Angst, sie fühlt sich in New York nicht sicher. Paul wäre gar nicht in der Lage, allein auf den kleinen Nicholas aufzupassen, geschweige denn ein Vater zu sein. Was ein Vater ist, würde er gar nicht wissen. Außerdem behauptete sie, Paul wäre in dubiose Geschäfte verwickelt. Das Ganze geht nach mehreren Monaten schließlich vor Gericht. Da wird dann entschieden, dass Lee Ann mit sofortiger Wirkung den kleinen Nicholas zurück nach New York bringen muss. Weigert sie sich, wird ihr das Kind weggenommen. Der Richter meinte, es ist egal, wer was sagt. Paul konnte beweisen, dass sein Umfeld keine Gefahr ist. Es liefen keine dubiosen Deals in seinen Fitnessstudios. Lee Ann hatte demnach keinen triftigen Grund, mit dem Kind so weit wegzugehen. Man darf nicht zulassen, dass der Kleine sich von seinem Papa entfremdet. Sie war diejenige, die handelte, ohne sich an die Regeln zu halten. Sie hat jetzt zwei Optionen. Sie kann ihren Wohnort zurück nach New York verlegen oder das Kind alleine zurück zu seinem Vater schicken. Lee Ann entscheidet sich dafür, mit Nicholas zurück nach New York zu gehen. Eigentlich wollte Paul nur das Sorgerecht schriftlich vereinbart haben und natürlich seinen Sohn sehen. Als Lee Ann dann mit ihm nach New York kam, hätte sie diesen Plan eigentlich nur unterschreiben müssen. Der Plan war klar und gerecht strukturiert? Dann hätte sie wieder gehen können. Paul ist ja kein Unmensch. Er wollte nicht, dass jemand mit ihm zusammenlebt, der damit nicht glücklich ist. Er wollte nur schriftlich klären, wie das ab jetzt laufen wird. Wann er seinen Sohn sieht, wie viel Unterhalt sie braucht und so weiter. Doch diese Papiere werden nie unterschrieben. Die beiden führen nach ihrer Rückkehr viele Gespräche. Jeder machte seinen Standpunkt klar. Sie sind sich einig, dass sie sich beide in den letzten Monaten sehr daneben benommen haben. Paul sagte dann, wenn Lee Ann ihn noch einmal zurücknimmt, wird er alles anders machen. Er geht zu einer Therapie. Er wird der aufmerksamste Ehemann und Vater sein, den man sich vorstellen kann. Denn so etwas wie in den letzten Monaten will er nie wieder erleben. Und tatsächlich, das Ehepaar rauft sich zur großen Verwunderung aller noch einmal wieder zusammen. Paul hält sein Versprechen, er gibt alles, um der beste Ehemann zu sein. Er überschüttet seine Familie mit Aufmerksamkeit. Die Dinge laufen besser, doch Paul merkt, dass trotz seiner Bemühungen etwas nicht stimmt. Lee Ann telefonierte ständig mit ihrer Mutter in Florida. Manchmal schlich sie sogar aus dem Haus, damit nicht auffällt, wie oft sie sie anrief. Doch Paul kommt nicht mehr dazu, Lee Ann auf ihr Heimweh anzusprechen. Am 17. Januar 2001 ändert sich auf einmal sein komplettes Leben, als er die Nachricht erhält, dass sein bester Freund Alex erschossen wurde. Das hat niemand verstanden. Das ergab überhaupt keinen Sinn. Alex war der liebste Mensch auf Erden. Er hatte mit niemandem ein Problem. Noch komischer war die Art, wie es überhaupt passiert ist. Es war ein purer Zufall, dass Alex an jenem Abend rauskam und zu seinem Auto lief. Im Sportstudio gab es einen Aerobikkurs und er hatte im Auto noch eine CD, die er dafür holen wollte. Laut Zeugen sind dann zwei Männer hinter einer Mülltonne hervorgesprungen. Einer hatte eine Waffe dabei, mehrere Schüsse fallen und weg waren sie. Alex schaffte es zwar noch zurück ins Studio, wo unter anderem eine Krankenschwester war, doch man konnte nichts mehr für ihn tun. Pauls Leben war daraufhin von einer Sekunde auf die andere ein Trümmerhaufen. Denn alle gaben ihm die Schuld. Pauls Lebenslauf war kein Geheimnis. Die Menschen sagten Dinge wie, ja, ja, das war bestimmt ein Racheakt. Jemand aus Pauls dunkler Vergangenheit hatte womöglich noch eine Rechnung mit ihm offen. Andere meinten, bestimmt hat er in seinem Studio Sachen verkauft, die nicht legal sind. Eine weitere Theorie der Menschen lautete, Paul hatte es bestimmt satt, den Chefsessel mit Alex zu teilen. Er wollte sicher alles für sich alleine haben. Viele spekulierten auch, dass es sich um eine Verwechslung handelt. Paul und Alex sahen sich ja sehr ähnlich. Paul selbst wusste gar nicht, wie ihm geschah. Alex war für ihn wie ein Bruder und alle behandelten ihn, als wäre er dafür verantwortlich. Was ihm besonders zusetzte, war die Tatsache, dass sogar Alex' Familie ihn verdächtigte. Die meinten auch, außer ihm hatte keiner einen Grund, sowas zu machen. Das machte ihn sehr traurig. Er stand Alex' Familie eigentlich sehr nah. Wie die Polizei ermittelt, ist Paul augenscheinlich sauber. Er hatte keine Schulden, es gab keinen Streit, keine Anzeichen, dass er Alex nicht mehr in seinem Leben haben wollte. In den Fitnessstudios liefen auch keine krummen Sachen, mal abgesehen davon, dass Paul ein sicheres Alibi hatte. Doch die Menschen in seinem Umfeld beruhigte das nicht im Geringsten. Denn es war jedem klar, dass diese beiden Männer, die das getan haben, bestellt waren. Also könnte Paul durchaus etwas damit zu tun haben und die Polizei ist noch nicht in der Lage, das zu beweisen. Für Paul änderte sich mit seinem Alibi also gar nichts. Auf seine Frau, Lee Ann, konnte er sich auch nicht verlassen. Sie packte nach der Beerdigung ihre Sachen, beide Kinder und zieht zurück nach Florida. Ein zweites Mal. Sie meinte, ihr reicht's nun endgültig. Sie wusste immer, dass sowas einmal passieren wird. Man kann nicht dealen und dann aussteigen. Paul lässt sie dieses Mal aber gehen. Er dachte sich nämlich auch, dies kann nur das Echo seiner Vergangenheit sein. Oder jemand ist einfach neidisch auf ihn, auf das, was er und Alex sich aufgebaut haben. So oder so, er fühlte sich wohler bei dem Gedanken, dass zumindest seine Familie weit weg in Sicherheit ist. Paul wollte nicht gehen. Das Fitnessstudio war Alex ganzer Stolz. Er wollte weitermachen, egal wie lange ihn die Menschen dafür schief ansehen und egal wie das alles endet. Er machte in dieser Zeit sein Testament. Lee Ann sollte alles bekommen, wenn es für ihn nicht gut ausgeht, damit sie in Ruhe die Kinder großziehen kann. Dann wartet Paul, dass ihm das Gleiche passiert oder dass sich jemand bei ihm meldet, der sich zu der Tat bekennt und irgendwas verlangt. Die Wochen vergehen, die Polizei stellt die Ermittlungen aufgrund mangelnder Spuren ein und irgendwann war das Ganze eingespielt. Paul lebte jeden Tag mit dem Gedanken, dass es sein letzter sein könnte und Lee Ann lebte mit den Kindern in Florida. Paul flog bei jeder sich bietenden Gelegenheit hin und her. Zwei Monate später verkündete Lee Ann, dass sie ihr zweites gemeinsames Kind erwartet. Die Monate vergehen und es passierte nicht das Geringste. Klar, die Menschen tuschelten nach wie vor hinter Pauls Rücken. Er sei schuld an allem. Aber ansonsten gibt es keinerlei neue Erkenntnisse. Niemand meldet sich. Es gibt keine Spur. Dafür passierte aber etwas anderes. Paul erfährt bei einem seiner Besuche in Florida von einem Bekannten, dass seine Frau auffällig oft in Begleitung von einem Mann gesehen wird. Er würde Rocco heißen. Paul stellte Lee Ann sofort zur Rede. Diese ließ sich aber auf keine Diskussion ein. Rocco wäre nur ein guter Freund. Paul ist aber so verletzt, dass er seine Koffer packt und geht. Wenige Tage nach seiner Ankunft kommt ein Brief bei ihm an. Lee Ann will die Scheidung. Das war jetzt ein Riesenproblem. Nicht die Scheidung an sich. Paul hatte an dieser Stelle keine Lust mehr. Das war ja schon lange keine Ehe mehr. Doch die Gesetzeslage war nun anders, was das Sorgerecht für Nicholas betraf. Der Kleine lebte seit sechs Monaten in Florida mit Erlaubnis seines Vaters und somit waren die Karten ganz neu gemischt. Dieses Mal stand alles zugunsten von Lee Ann. Es gab immer noch den Verdacht, dass Paul das Gleiche passieren könnte wie Alex. Gegen dieses Argument konnte Paul nichts machen. Er glaubte ja selbst, er sei nicht sicher. Die Regeln besagen leider auch, lebt ein Kind weiter weg als erlaubt, muss man das innerhalb sechs Monate melden. Verpasst man diese Frist, hat man ein großes Problem. Lee Ann war dieses Mal sehr schlau. Sie reichte die Scheidung erst ein, als Nicholas sechs Monate und zwei Wochen in Florida lebte. Die Chance, dass sie diesmal mit dem alleinigen Sorgerecht davonkommt, war sehr hoch. Und selbst wenn sie das nicht bekommt, sie kann das Ganze sehr lang hinauszögern, solange bis Nicholas sich von seinem Vater entfremdet hat. So oder so, sie gewinnt am Ende. Dass es Paul in Anbetracht dieser Situation dann noch schlechter ging, dürfte klar sein, alles, was er sich aufgebaut hat, war im Prinzip umsonst. Sein bester Freund war weg und so wie es aussieht, verliert er jetzt auch noch seinen Sohn. Von dem Kind, das Lee Ann gerade in ihrem Bauch hatte, mal ganz zu schweigen. Sie verweigerte die gesamte Schwangerschaft jegliche Information. Paul erfährt von guten Freunden, dass sie einen Jungen erwartet und sie sagen ihm auch, wann Lee Ann ins Krankenhaus geht. Doch sie wussten leider nicht in welchem. Paul flog damals nach Florida, klapperte jedes Krankenhaus ab, aber er konnte Lee Ann nicht finden. Sie hat sich dann irgendwann bei ihm gemeldet, sich aber geweigert, ihm das Baby zu zeigen. Er hat nicht mal ein Foto bekommen. Es sei von ihm, aber sehen dürfe er das Kind nicht. Und da fällt es Paul wie Schuppen von den Augen. Lee Ann ist für das, was Alex zugestoßen ist, verantwortlich. Nur so ergibt alles einen Sinn. Paul kommt nicht mehr dazu, seine Theorie zu beweisen. Dank eines unglaublich fähigen Detektives namens Bob Anderson. Er war einer der Ermittler im Fall Alexander Algeri. Und ich sag mal so, offiziell war der Fall ungelöst und Bob nahm das sehr persönlich. Es wurmte ihn, dass der Sachverhalt nie aufgelöst wurde. Er veranlasste landesweit, dass jeder, der auf ein Revier gebracht wird, automatisch überprüft werden sollte, ob er oder sie am 21. Januar 2001 in New York und Umgebung war. Das, was Alex passiert ist, war ein Auftrag. Und diese werden nicht selten von irgendwelchen Kleinkriminellen ausgeführt. So oder so ist es nur eine Frage der Zeit, bis irgendjemand ins Netz geht, der irgendetwas über die Sache weiß. Und wie es sich herausstellte, hatte Bob mit dieser Theorie recht. Das entscheidende Puzzleteil, das alles ins Rollen bringt, ist ein Mann namens Scott Paget. Als man ihm nachweisen kann, dass er zu jener Zeit in New York war, blubbert er wie ein Wasserfall. Ja, er war da, er war einer der Männer, die Alex das angetan haben. Er hat dafür 3000 Dollar bekommen, aber er hat nur das Auto gefahren. Abgedrückt hat sein Partner, Ralph Salieno. Der Name Ralph wird jetzt erst einmal keinem etwas sagen. Und es liegt daran, dass die meisten ihn mit einem Spitznamen ansprachen. Und dieser war Rocco. Ja, jener Rocco, der ständig mit Leanne unterwegs war. Dieser Rocco wurde umgehend einkassiert. Mit dem Geständnis von Scott knickte dieser auch schnell ein. Und das brachte schließlich die ganze Wahrheit ans Licht. In der Zeit, als Leanne und Paul frisch verheiratet waren, lief es ja nicht besonders gut. Wir wissen, dass Leanne irgendwann ihre Sachen gepackt hat und mit den Kindern zurück nach Florida gegangen ist. Und dort lernte sie dann Rocco kennen. Eigentlich wollte Leanne die Scheidung von Paul. Aber was sie auf gar keinen Fall wollte, war ein geteiltes Sorgerecht. Sie wollte Nicholas ganz für sich alleine haben. Darum zog sie den Sorgerechtsstreit so weit raus, bis es nicht mehr ging. Sie streute Gerüchte, Paul wäre kein guter Mensch. Sie hatte gehofft, das Gericht würde ihr trotz der Rechtslage das Sorgerecht zusprechen, weil Paul in der Anfangszeit kaum da war und auch wegen seiner Vergangenheit. Als ihr dann aber mitgeteilt wurde, dass sie dieses Kind sofort nach New York bringen muss, entscheiden sie und Rocco, dass alles einfacher wäre, wenn Paul von der Bildfläche verschwindet. Mal abgesehen davon, dass Leanne wusste, dass sie einmal alles erben wird, wenn Paul nicht mehr da ist. Ihm gehörten ja 50%. Leanne hätte die Fitnesskette übernehmen oder ihren Anteil verkaufen können. So oder so, alles war besser, wenn Paul nicht mehr da ist. Rocco und Scott fuhren damals mit im Auto von Florida nach New York. Sie hatten ein Foto von Paul dabei, nur hatte Leanne vergessen, den beiden zu sagen, dass sein Geschäftspartner ihm sehr ähnlich sieht und so kam es, dass sie dem falschen Mann auflauerten. Paul selbst erfährt die Wahrheit eines schönen Morgens, als er nach dem Aufstehen die Vorhänge beiseite zieht und bemerkt, dass fünf Fernsehsender in seinem Garten stehen. Sofort werden die Kameras auf ihn gerichtet, Blitzlichtgewitter beginnt und er denkt sich nur, was ist hier los? So erfuhr er von Roccos Verhaftung. Und damit kamen auch immer mehr Details ans Licht. Leanne wird auch verhaftet und es stellt sich heraus, dass Rocco der Vater ihres dritten Kindes ist. Im anschließenden Prozess schob sich das Liebespaar dann die Schuld gegenseitig zu. Leanne versuchte, die Jury auf ihre Seite zu ziehen, indem sie einen auf überemotional machte. Sie meinte, sie hat nicht gewusst, dass es nicht erlaubt ist, jemanden anzuheuern, der dann dafür sorgt, dass jemand nicht mehr lebt. Das Ganze ist ja nicht ihre Schuld, wenn sie sowas äußert und die Person das dann auch noch macht. Jeder hat ja seinen eigenen freien Willen. Sie wusste sich aber auch nicht anders zu helfen, als so etwas auszusprechen. Paul hätte sie ja nie in Ruhe gelassen damit, dass er seinen Sohn sehen will. Sie ist hier das wahre Opfer. Das hat nicht funktioniert. Am Ende waren alle total genervt von ihr. Der oder die Angeklagte darf sich ja auch nochmal äußern, bevor die Jury sich zurückzieht. Und sie nutzte auch diesen Moment wieder für eine Show-Einlage nach dem Motto, ich bin so traurig, keiner glaubt mir, dass ich hier das Opfer bin. Da war dann selbst der Richter genervt. Er meinte, wann hört diese Scharade auf? Irgendwann muss einem doch mal bewusst sein, dass man selbst etwas falsch gemacht hat und nicht die anderen. Da war Leanne dann ruhig. Am Ende werden alle drei für schuldig befunden. Leanne war zwar nicht dabei, aber sie hatte das Ganze geplant und eingefädelt. Dafür gab es Zeugen. Jemand sah, wie sie das Bild an Rocco weitergegeben hat. Mit dem ausdrücklichen Wunsch, dass Paul diesen Tag nicht überleben sollte. Ein anderer bekam mit, wie Leanne zu Rocco sagte, ich kann nicht glauben, dass du den Falschen erwischt hast. Leanne wollte die Scheidung, eine Menge Geld dabei abstauben und das alleinige Sorgerecht für Nicholas. Das war das Motiv. Rocco bekommt lebenslang, Scott wird zu 18 Jahren verurteilt und Leanne bekommt 25 Jahre. Der Richter sagte sogar, er hätte ihr gerne mehr gegeben, aber die Gesetzeslage lässt das nicht zu, weil sie nicht anwesend war. Das alles ist nun 17 Jahre her. Pauls Ruf war nach dem Prozess natürlich wieder vollständig hergestellt. Er bekam das volle Sorgerecht für Nicholas zugesprochen. Er leitet die Fitnesskette inzwischen allein. Er hat natürlich Manager, die ihm dabei helfen. Er hat aber nie eine Nanny engagiert. Das war ihm sehr wichtig. Er sagte, er zieht seinen Sohn selbst groß und wird nebenbei weiterhin ein erfolgreiches Geschäft leiten. Dass er weitermacht und alles gibt, sei er Alex und auch seinem Sohn schuldig. Damit das klappt, hat Paul Räumlichkeiten bauen lassen, die Kinderbetreuung ermöglichen. Auch für Mitglieder. So konnte er Kind und Karriere unter einen Hut bringen. Für Paul war mit dem vollen Sorgerecht aber auch klar, dass er es nie zulassen wird, dass Lee Ann den gemeinsamen Sohn noch einmal zu Gesicht bekommt. Sie hat im Laufe der Jahre immer wieder versucht, Nicholas zu sehen. Sie schrieb alle möglichen Behörden an, gemeinnützige Organisationen, auch noch zehn Jahre später. Sie wollte unbedingt, dass Nicholas einmal im Monat zu ihr gebracht wird. In ein Hochsicherheitsgefängnis wohlgemerkt, alle Anträge diesbezüglich wurden abgelehnt. Paul sagte, es ist traurig, aber so ist das Leben nun mal. Du machst etwas und das bewirkt eine Reaktion. Und nach dem, was sie getan hat, verdient sie keine Minute mehr mit ihm. Dazu muss man aber auch sagen, alles, was Paul tut, ist mit einem Therapeuten abgeklärt. Er sagt, er reagiert auf dieses Thema sehr emotional mit einer neutralen Person an seiner Seite. Sieht man da doch ein bisschen klarer, dieser meinte auch, einem Kind sollte man sowas nicht zumuten. Nicholas gehe es laut Paul sehr, sehr gut. Er sei ein sehr aufgewecktes, fröhliches Energiebündel. Er hat keine Erinnerung an das, was damals passiert ist. Er war einfach noch zu klein. Ist es nicht ironisch, dass am Ende das eingetreten ist, was Lee Ann die ganze Zeit wollte? Nämlich, dass Nicholas ihn vergisst. Jetzt ist es genau andersrum. Paul hat inzwischen wieder geheiratet und eine Tochter bekommen. Es vergeht kein Tag, an dem er nicht an Alex denken muss. Oft kommt er, wie er sagt, nur schwer damit klar. Er denkt sich immer wieder, diese Kugel war für ihn bestimmt. Und stattdessen traf sie seinen besten Freund, der rein gar nichts mit dieser Sache zu tun hat. Damit zu leben ist nicht einfach. Die Fitnesskette Big Al's gibt es immer noch. Nur heißt sie inzwischen Big Al's Family Fitness. Paul wollte, dass der Name bleibt. In Ehren an seinen besten Freund. Die beiden anderen Kinder, die Lee Ann hat, sind bei ihrer Familie untergebracht. Sie wird frühestens 2028 entlassen. Paul gab im Laufe der Jahre immer wieder Interviews. Seine Lebensgeschichte ist so unglaublich. Es gibt auch zwei Bücher darüber. Alle dachten damals zuerst, er war's. Er hat seinen besten Freund umgebracht, weil Geld und so weiter. Er passte wegen seiner Vergangenheit ins Profil. Und da sieht man mal, Urteile nicht zu schnell. Wie immer frage ich zum Schluss, wer kannte diese Geschichte? Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020